Herzlich Willkommen bei der BKK-Advita. Ihr Weg in eine intakte Zukunft seit über 140 Jahren. Das ist Tobi. Tobi lebt auf dem Planeten Erde. Damit er das noch lange kann und seine Familie auch, kümmert er sich um sie. Tobi nutzt Ökostrom, isst Bioprodukte, fährt Fahrrad statt Auto und nutzt Energiesparlampen. Jetzt fehlt ihm nur noch eine passende Krankenversicherung. Auf dem Markt trifft er seine Freundin Gabi, die das Problem kennt. Aber Gabi ist bei der BKK-Advita versichert. Denn diese nutzt Ökostrom, benutzt Umweltpapier, sichert ihre Einlagen bei ethisch orientierten Banken und ist die erste umweltzertifizierte Krankenkasse. Toll findet Gabi auch, dass sie neben den klassischen medizinischen Leistungen auch viele alternative Heilmethoden nutzen kann. Tobi ist von der Verbindung von Umwelt und Gesundheit begeistert und wechselt jetzt auch zur BKK-Advita. Und Gabi freut sich ebenso. Denn für die Kundenwerbung pflanzt die BKK-Advita einen Baum in Deutschland. Da lächelt sogar die Erde. Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt und wechseln Sie zur BKK-Advita.